Hallo Leute, Merk Dr. Duller hier. Ich bin wieder da. Ich war nicht ganz gesund. Ich erspare euch die Details, aber ich bin wieder da. Es ging meinem Zeh nicht so gut. Und dann habe ich Medikamente gekriegt und war immer so müde. Aber ich bin wieder da. Ich bin total aus der Übung. Weswegen ich heute etwas Einfaches machen will. Ich werde euch heute eine Zwölftakt-Progression zeigen, die ich vor Jahren gelernt habe. Ich glaube von Jason Ritchie. Über alle drei Akkorde. Also 1, 4 und 5. Ich habe eine C-Dur-Mond-Armonika. Und wir fangen hier mit an. Ich gebe euch die Tabs. Fünf Zug, fünf Blas, vier Zug. Das selbe für den Vierer-Akkord. Dann wieder der Einser. Und dann der Fünfer. Und wieder der Vierer. Dann wieder der Einser. Schon habt ihr eine Zwölftakt-Blues-Progression. Ihr müsst aber gar nicht nur das machen. Ihr könnt dann den Turnaround reinmachen. Dann wieder der Einser. Musik Ich hoffe, das hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Hoffentlich bin ich dann wieder fitter. Okay, danke schön. Matt Dockdoller out. Ciao. Hi, guys. Matt Dockdoller here. I'm back. I wasn't quite well, but I'll spare you the details. Uh, I just, uh, my toe was inflamed and it, I got antibiotics and I was just so tired and I don't know. But I'm back. I'm totally out of practice, which is why I'm going to do something easy today. Supposedly easy. So, this is something I learned from, I guess, Jason Ritchie years ago. It's a simple 12-bar progression. And I'm going to give you the tabs so you can follow me. So, we start on five-droll, five-blow, four-droll. This is a C harp. So, four times the one, and then for the four, then back to the one, then the five, and the one again, and then you can put in the turnaround. What's going on with my reed here? Something's wrong there, but you get the point, right? And then you can, in the next point, you can, you can put in whatever you want then, right? You don't have to stick to that, but you can, in the next cycle, you can do something completely different, like... What's up? What's up? Okay, I hope you liked that. If so, hit the like button and consider subscribing. I hope next time I will be on point again. And we see us hopefully very soon. Mad Dogdula out. Bye. Thanks.